So, Meister der Geduld. Speichern, oder? Ja, so. Dann schauen wir doch mal, was uns hinter dieser Tür erwartet jetzt. Oh nein, hier sind Detektoren. Nein, die gehen doch jetzt an, oder? Okay, anscheinend nicht. Ah, hier können wir ausspeichern. Wie praktisch. Ähm. Und jetzt? Wo muss... Ah, okay. Ach, nein. Nein. Ich glaube... Ich glaube, wir haben die Tür offen gemacht. Ich speichere mal eben nochmal. Ganz leise jetzt hier. So, ganz leise. Ich glaube, wir können jetzt hier in diese Tür rein. Alter. Alter. Alter, schreck mich doch nicht so. Ach, du Scheiße. Boah, bitte irgendwas für Medikit. Nein, nein, fuck. Was, was, was? Pssst, 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 pssst. Mittlerweile haben wir schon nach zwölf. Und ihr seid immer noch in der Let's Play Live Show. Und ich spiele immer noch das Spiel zum ersten Mal. Und ihr seid immer noch die geilsten Zuschauer. Weil ihr so ein Horst wie mir einfach zuseht. Der hat über 20 Stunden für ein Videospiel braucht. Mama kommt. Papa kommt. Werbung. Werbung. Okay. Funktioniert der Bot vielleicht gerade nicht? Kann das sein, oder? Ich trau mich gar nicht raus. Ich habe Angst, dass ich... Boah, der geht die ganze Zeit da an der Tür vorbei. Der soll abhauen. Verdammt nochmal. Oh, da ist ein... Ich bin mir angekommen, als sie die Zufluchtsstätte verschlossen haben. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Kinderstimmen. Kinderstimmen. Naja. Ähm... Ja, gute Nacht Patrick. Mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Ähm... Wir machen eine kleine Pause, dann geht's gleich spannend weiter. Kurze Pipi- und Pupupause. Bis gleich. So, weiter geht's. Hier in der Let's Play Live Show. Um 12 nach 12. Ui. Ähm... So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wir müssen... Achso, okay. Da, glaube ich, irgendwo am Pult, glaube ich. Kann das sein? Ja. Gehen Sie über die... Habitarischen Bereich in das Raumschiff-Terminal. Das ist... Ah, okay. Jetzt müssen wir den Transit rufen. Und, war es erfolgreich? Ja. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Das tat richtig gut. Mal so eine kleine Pause. Bin ich ganz ehrlich. Lalalalala. Lalalalala. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pause war kurz. Wollte kacken gehen. Das wird wohl nichts. Boah, das ist das Schatten. Der sieht aber auch echt gruselig aus, ne? Wie lange braucht denn hier dieses, äh... Shuttle, bis es kommt? Das ist so klar, dass es so lange dauert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Jetzt hier irgendwie eine U-Bahn. Alter, geh weg. Geh weg, 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 geh weg. Boah. Gute Nacht. Mach dir Alien Platz. Ja, Panzerbühren. Mach's gut. Schlaf gut. Schön, dass du da gewesen bist. Wie gesagt, nächstes Wochenende, Freitag, Samstag, wieder Let's Play Live-Show einschalten. Zwar schon tausendmal gesagt, aber man muss dem Team ein... Okay, da gibt's auch so eine Fahrstuhlmusik sogar im Transit. Replay, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andog-Sequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Hm, heh, heh, heh. Speichern wäre, Supi. Wo ist denn hier... Da müssen wir lang? Okay. Ja. Puh. Ja. Was? Was? Nein! Finden sie einen anderen Weg in das Raumfahrt-Terminal. Das war so klar, dass es nicht so einfach sein wird, nach Hause zu gehen. Speichern. Telekom. Scary Misfits. So. Das ist definitiv auf jeden Fall jetzt die Finalrunde. Weil ich glaube, wir müssen nur noch zum Schiff, glaube ich, kommen. Glaube ich zumindest. Wow. Optical, stabilisatoren ausweilen. Station verlassen. Station verlassen. Gehe ich überhaupt richtig hier durch den Schacht? Ne. Da gehe ich doch nur im Kreis. Na toll, oder? Schauen wir mal. Station verlassen, Station verlassen. Wieso kriege ich überall Schrott? Ich brauche keinen Schrott. Ich habe genug. Impfpistole, Impfpistole. Oh, ich kann Medikit bauen. Ja. Geil. Erstmal eins nehmen. Okay. Hat sich ja doch gelohnt, hier mal reinzugucken. In den Schacht. Puh. Der Flammenwerfer ist mein bester Freund in dem Spiel. Hey. Und warum fliegen hier Schuhe? Wer schmeißt denn hier mit Schuhe um sich? Wow. Machen Sie auf Ihrem Notaufsicht, Sinten. Boah, bitte lass kein Alien jetzt kommen. Lalalala, lalala, lalala. Höh. Höh. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Hehehe. 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 Finale. Was macht es denn da? Warum steht es da einfach nur rum? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe das Gefühl, ich werde hier gesehen. Ich weiß nicht warum, aber... Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Geh bloß weg. Geh bloß weg, du. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier, Terminal? Kann das sein? Äh, ja, das lese ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt einfach zu viel Stress alles. Nein. Da war doch noch was, oder? Was? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn lang? Hä? Ich muss irgendwie durch die Tür hier kommen wahrscheinlich, glaube ich mal. Oder? Ja, aber wie soll ich denn... Hä? Wie soll ich denn den Stapler bewegen? Oh nein. Oh nee, oder? Muss ich auch noch diesen scheiß Hubwagen hier... Schlüsselkarte benötigt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wo kriege ich jetzt die scheiß Schlüsselkarte her? Na toll, ey. Der hat ja keine Schlüsselkarte bei sich gehabt, ne? Hier vielleicht? Nee. Wo kriege ich denn? Wo kriege ich denn hier ne scheiß Schlüsselkarte her? Fuck. Der eine bei sich? Der hier vielleicht? Taschenlampenbatterie. Das ist natürlich voll assi. Also ich jetzt hier in dem dämlichen Raum eine Schlüsselkarte suchen muss. Um da den scheiß Stabler da anzuheben. Ah, hier vielleicht. Ah, nein, 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 nein. Scheiße, fuck. Zugangscode. Wie ist denn da der Zugangscode? Weiß einer zufällig, wie der Zugangscode ist? Ich hab keinen gesehen im Computer. Oder ich hab's überlesen. Alter, geh weg. Geh einfach weg. Geh einfach weg. Geh wieder in deinen Schacht rein und, äh, sei glücklich. Den Wandschrank hab ich gefunden. Jetzt brauch ich nur noch den Zugangscode. Am PC ist einer, ja. Ach nee. Na super. Dann werd ich mir den mal eben schnell holen, den Zugangscode. Fuck. Scheiße, scheiße. So. Äh, da war er doch, ne? 1, 9, 8, 4. 1, 9, 8, 4 ist der Zugangscode. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zu verkünden, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfall im Coordinator erteilt wurde. Ja, ja, ich weiß. Hui. Oh, Gott sei Dank. Hallo. Hallo, nimm das auf, das Bindemittel. Puh. Oh, ein Geräuschmacher. Sehr schön. Den kann ich gut gebrauchen. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert hier mit den, mit dem Hub, Hubwagen, dass wir den Hubwagen anheben können und dass wir da jetzt weiterkommen. Notfallsituation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt, warten Sie auf Ihren Notaussicht bezieht. Das ist überhaupt nicht laut. Überhaupt nicht. Das Alien kommt doch jetzt, hundertprozentig. Ich hab's doch schon gehört. Wo muss ich lang? Hallo? Hallo? Na toll, Ionschneider verwenden. Super. Los, 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 los. Station verlassen, Station verlassen. Station verlassen. Alter. Alter. Oh, ein Airhockey-Tisch. Und da liegt was auf dem Tisch? Na ja. Immerhin. Ich glaube, heute spielen wir es durch. Geh ich ganz stark von aus. Also heute definitiv finale Überlänge Let's Play Live Show. Ihr seid mittendrin. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle immer noch da seid. So, wo müssen wir hin? Da ist ein Schrank zum Verstecken. Verstecken finde ich gut. Die Stelle ist lustig. Welche Stelle ist lustig, die jetzt kommt oder die wir schon hatten? Äh. Medikit bauen. Medikit, 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 Medikit. Sehr schön. Wieso kriegen wir jetzt auf einmal so viele Utensilien? Molotow-Cocktail. Machen wir mal ein paar... Bauen wir mal ein paar Sachen. Also zumindest... Äh. Ein paar Elemente schon mal einbauen. Dann haben wir das schon mal. Dann haben wir da auch wieder Platz drin. Hier auch beim Medikit. So, dann können wir das nämlich aufnehmen. Und dann ist das wieder gut. So. Die gerade dran ist, die Stille. Oh ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Müssen wir mal was trinken. Prost. So. Evacuate. Ich glaube, ich höre das Alien. Ich glaube zumindest, dass ich das höre. Oh, Air Hockey. Yay. Wir müssen da rein. Schön. Wahrscheinlich durch den Schacht. Ja, Let's Play Live Show. Freitag, Samstag, immer um 20 Uhr. Und mein YouTube-Channel, seht ihr da? Der liebe Shownator war so nett. Reflex GER. Hätte ich jetzt voll Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Auf so eine Runde Air Hockey. Hm, das sieht ja alles sehr... Toll, Schlüsselkarte benötigt, super. Sieht alles sehr, sehr einladend aus hier. Oh, ein Schweißgerät. Na, super. Was ist das denn? Oh, Porno-Heft. Ja. Ja, ist doch gut. Porno-Heftchen lagen da gerade auf dem Boden. Hier kann ich irgendwas drücken. Ich gucke, ob man mich eben kurz hier... Was, 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 was? Oh, ich tippe nur ganz eben an. Und, äh... Oh, da haben wir die Schlüsselkarte schon gefunden. Und der verbläst hier den Flammenwerfer, oder sie besser gesagt. Ich glaube, der hat sich einen schönen Abend gemacht mit seinen Porno-Heftchen. So, dann... Ich wollte das Ton... Wo ist denn das Tonbandgerät? Ach, hier unter der Kiste. Wir haben den Wohnbereich Zuflutsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Siegsen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Oh, und wenn Sie uns hören können, und Sie nicht Teil des Teams sind... Was? Höh! 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 Alter! Und jetzt? Und jetzt? Äh... Ich habe gerade deinen, 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 deinen Bruder erledigt, ne? Übrigens. Deinen Facehacker-Bruder. Wie ich Strom wieder herstellen, habe ich doch. Hä? Die Leitungen gehen hier drunter her, dann gehen die wieder hier lang? Irgendwie schnalle ich das gerade gar nicht. Das haben wir jetzt aktiviert, ne? Das funktioniert, oder? Oder müssen wir da noch was machen? Nee. Wöh! 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 Alter! Alter! Geh einfach weg! Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh. Hey, 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 hey. Jetzt, also ich muss ja jetzt sagen, in der letzten Zeit, also jetzt so zum Ende des Spiels, also übertreiben sie es doch ein bisschen mit dem Alien, dass es doch so viel kommt. Am Anfang haben sie es echt aufgespart. Und jetzt? Und jetzt kommt es permanent. Sehr penetrant gerade auch. Lalalala, lala, ich sag ja, jetzt wird es lustig. Hey, schön. Oh oh. Ich seh überhaupt nix. Ah, hier. Geh weg. Geh weg. Geh bloß weg. Wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich lang, wo muss ich lang? Ich schaue einfach mal. Ich schaue einfach mal. Wieso weit wieder zurück? Nur für den scheiß Strom? Oh, speichern. Oh, speichern. Speichern. Ja, speichern. Boah. Es zieht sich aber auch jetzt in der letzten Zeit ganz schön das Spiel, ne? Muss ich ja mal sagen. Ist ganz schön in der Länge gezogen, jetzt so das letzte... Wooh. Geh weg. Geh weg. Wie? Ich hab aber sonst nichts besseres zu tun. Ach komm. Ey, das müsste aber jetzt auch nicht sein in dem Spiel, dass ich jetzt permanent von A nach B geschickt werde mit dem Alien. Ja. Das ist echt künstlich in die Länge ziehen. Muss ich mal sagen. Obwohl das Spiel sehr geil ist. Aber das ist jetzt echt... War das jetzt wirklich nötig? Ich mein, ich kenn das Alien jetzt ja schon, also... Das hat sich ja schon vorgestellt. Namentlich.